Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist man mit dabei. Und zwar wird sie heute das erste Mal Fortnite spielen. Hast du noch nie gespielt, ne? Ich hab's noch nie gespielt und ich glaube, ich werde da kein guter Spieler sein. Das glaube ich auch. Wir sind auch schon direkt hier. Guck mal, man hat ja so Skins, ne? Was sind denn die Skins, bitte? Die Figuren hier. Also man kann dir gucken. Hier gibt es die ganzen Figuren, die man... Wie viele Wiese sind die teilweise so hässlich? Also so richtig hässlich. Also ich finde diese hier am besten. Die? Ja. Star Wars, ne? Ja. Was gibt's noch? Nee, nee, nee. Die haben alle Geld gekostet, ne? Wie viel denn? Also echtes Geld? Echtes Geld? Du hast ja dafür... Für diese alle hast du jetzt Geld bezahlt? Ich hab 5100 Bugs noch. Guck mal, zum Beispiel 5.000 Bugs kosten 37 Euro. Und du hast 5.000 V-Bugs, aber also... Und warum kauft man für richtiges Geld irgendwelche Figuren, die nicht echt sind? Guck mal, zum Beispiel... Der hat jetzt zwar 20 Euro gekostet. Was? Der hat 20 Euro zum Beispiel. Wieso ist das ein Einhorn? Was ist das? Ein Küken? Ja. Welche willst du spielen? Äh, ich... Also ich finde die alle wirklich nicht so toll. Also oben so die erste. Mehr nicht? Also hat man noch mehr Auswahl? Oder ist es... Also es ist deine Auswahl? Das ist... Das hier, die hab ich alle gekauft, die hier. Wie viel Geld hast du bezahlt? Ich glaub... Für die alle. Gibt's vom Spiel... Das sind halt... Das meiste sind Itemshops, ich würd sagen 1500 oder so. Wie Bugs? Euro. Euro? Ja. Euro? Ja. Du hast in dieses Spiel so viel Geld eingesteckt? Mhm. Warum? Mach man das? Keine Ahnung, du wolltest den spielen, ne? Nee, warum macht man das? Du wolltest den spielen, oder? Ja, ich wollte die spielen. Let's go, wir gehen in die Runde rein. Ja, und was soll ich machen? Äh, warten. Und sind wir gleich in der Runde drinne. Ich bin irgendwie nach wie vor buff, dass man so viel Geld dafür auskommt, warum man von den Kindern so viel Geld abzockt. Na, ich hab grad ein bisschen Ärger auf Mama bekommen. Ein bisschen? Ja. Ich find's voll krass, dass man von den Kindern hier Kohle abzockt. Für irgendwelche Figuren, die gar nicht eng sind. Okay, Mama, du kannst spielen. Ich bist drinne. Was soll ich machen? Let's go. Ja, was? Du bist gleich im Bus drinne. Ich hab die Tastatur. Und dir die Maus. Und die Maus. Womit laufe ich? Äh, mit weh. Was macht... Was ist das? Umgucken, hast du dich. Okay, laufe mit weh. Mhm. Ich muss rauspringen erstmal gleich. Na jetzt. Und wie? Mit Leertaste. Loslassen? Mhm. Dann drückst du jetzt weh. Dann fliege ich dann nach unten. Ja, muss auch unten gucken. Ach so. Nach unten. Oh mein Gott. Ich gucke doch nach unten. Ja, weiter. Wo willst du denn? Wo willst du denn? Was ist das? Was ist denn nicht? Wo kann ich denn hin? Wo keiner ist? Nach rechts. Wenn mich abschließen kann. Ich glaube, wie auch wieder da. Kann man überhaupt sehen, wo wäre, ob irgendjemand irgendwo ist? Mhm. Hier fliegt z.B. jemand. Wo? Warte. Da. Wo will er hin? Da. Aber wollen die... Sind die jetzt ein echter da fliegen? Also Spieler? Ja, sind die Spieler. Echte Menschen. Ja, echte Menschen sind es ja nicht. Also hinter den rechten halt quasi. So wie wir jetzt. Und wann landet sie? Gleich, aber du fliehst da gerade irgendwo. Warum denn? Wo muss ich denn hin? Es gibt ja schöne Waffen, oder? Was? Die schönen Waffen da. Wo? Ja, das ist das Problem. Da sind keine. Ach so. Sag mal, spinnst du jetzt? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich laufe jetzt. Lauf nach links einfach. Links? Also mit der Maus? Nein, nein, rechts. Das ist ja links. Links. Wo ist die in der Stadt? Ich sehe nichts. Drück mal STRG, wenn du sprintest. Und dann W gedrück. Was ist STRG? Drück W und dann STRG. Steuerung? W, ja, Steuerung. Also W. Und Steuerung. Das? Ja. Und dann? Sprinst du. Die ganze Zeit, äh, quasi. Nach links. Wo läuft sie denn hin? Nach links. Da gehst du rein. Wohin? Hier? Mhm. Und jetzt? Waschmaschinen. Trockner. Nee, nach links. Hä? Waffen suchen. Aber wo ist sie denn? Waffen suchen. Welche Waffen? Wo sind die? Dann könnt ihr da verstecken. Muss ich immer noch halten jetzt? Nein, nein, nein. Muss ich nicht. W? Ja. Was macht sie? Die wackelt mit dem Arsch. Ja, danke. Ich weiß von nichts. Rechts. Aber eine links-rechtsstelle hast du nicht, oder? Nein, habe ich nicht. Links. Weißt du, das Problem ist? Links eine Waffe. Links eine Waffe. Hör mal. Das Problem ist, dass ich überhaupt keine Orientierung habe. E-drücken, 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 E-drücken. Ach, das sagt er sogar. Ja. Hab ich. Jetzt kannst du die aufheben. Und wie? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Was soll ich machen? Nach links. Da ist eine Truhe. Siehst du, hier ist eine Truhe angezogen? Die ist wahrscheinlich dahinter. Welche Truhe? Da ist doch keine Truhe. Da siehst du auch dieses... Ah, da kommt ein Gegner irgendwo. Oh, was soll ich machen? Hallo? Links die Truhe öffnen. Nicht stehen bleiben am besten. Na, aber wo soll ich denn hin? Nicht stehen bleiben. Du hast da jetzt eine Truhe. Ich sehe keine Truhe. Irgendwo hinlaufen, aber nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Weh. Weh verlaufen. Rechts. Geradeaus. Ich habe so eine komische Sicht. Von oben oder von unten. Da ist... In diesem Haus ist keiner. Das hast du gemacht. Warum machen wir das? Ich laufe da einfach nur. Jetzt in dieser Truhe. Ja, aber nur weil ich auf W drücke, ja? Läufst du. Ja. Drück mal E. E. Jetzt drück nochmal E. E. Nein, egal. Nochmal. Nochmal. So. Jetzt hast du die Waffen aufgesammelt. Jetzt habe ich die Waffen aufgesammelt. Okay. Und wo bin ich jetzt? Im Haus drinne. Die Frau ist weg. Ja. Nein. Doch. Die ist nur unter der Treppe so was. Da. Da sehe ich das noch nicht, weil die Sicht dann anders ist, wenn hier eine Wand hinter dir ist. Ach so. Ja, wo kann sie... Ich finde es total kompliziert und ich finde es auch total unruhig. Und bunt. Die Luft gegen die Wand. Wie springen. Springen mit Leertaste. Weiß ich doch nicht, was du Leertaste willst. Und direkt nochmal Leertaste. Ja. Dadurch kletterst du. Mit Leertaste kletter ich. Ja. Weh laufe ich nach vorne. Läufst du nach vorne. Läufst du nach vorne. Läufst du nach vorne. Läufst du nach vorne. Und dann? Hier ist irgendein Gegner drinne. Der mich gleich abknallt. Ist dir schon klar, oder? Ja, kann sein. Ja, hier ist ein Tresor. Was ist da drin? Kann man das auch machen? Ein Schlüssel, aber dafür müssen wir so ein Boss töten hier. Wen töten? So ein Boss. Werfen wo der ist. Geh mal rechts nach rechts nach rechts. Weißt du was? Das wird irgendwie langsam. Du, Leertaste, Leertaste drücken. Unheimlich. Klar oben sind Truen, Leertaste. Und weh, und weh. Leertaste und weh gleichzeitig. Nein, nicht cool. Jetzt will ich nicht bauen. Was bedeutet der Pfeil da? Das sind Truen. Okay. Das ist ne Tür. Das schwarze ist ne Tür. Da gehst du hin. Die? Ja. Oh, das ist ja. Oh, ich werde abgeschossen. Ich werde abgeschossen. Du bist schon tot schon lange. Ich bin schon tot? Hä? Hä? Warum? Hä? Du warst schon lange tot. Wo kam sie her? Du hast mich nicht mehr so fest. Nein. Das ist so. Egal. Ja. Starke erste Runde. Wir gehen in die zweite Runde rein. Oh mein Gott. Okay, wir sind in der Runde drinne. Die Runde ist so. Sorry, das Spiel ist so spannend. Was nochmal? Drück mal M. M. Ja. Wir landen jetzt. Weißer am besten im Wasser, wo keiner ist. Wir landen jetzt einfach mal. Ich weiß irgendwo, Ash. Ja, ich hab's nicht mehr gehst. Echt? Ja. Echt jetzt? Ja. So was gibt's da, wo kein Mensch ist, der mich töten kann? Ja, so ein bisschen. Komm, man sieht's was da hinten? Das blaue? Ja. Der Strich? Da landen hier. Da landen. Warst du da schon mal? Ja. Warst du da nicht schon überall in diesen Gegenden? Also überall? Nein, haben wir nicht genug gespielt. Man muss genug spielen, um dahin zu dürfen. Nein, das geht schnell. Das geht schnell. Nein, nein. Wenn man, man kann überall hin, nur ich war noch nicht überall, war ich noch nicht gespielt. Drück, weh, drück, weh, ähm, äh, Leertaste. Und jetzt weh. Aber nicht lange drücken. Hallo? Weiter weh. Bis nach rechts. Und jetzt Leertaste schon mal aufgefahren. Nach links, dieses blaue da. Das markierte. Das ist markiert. Nochmal kurz Leertaste. Leertaste raushol wieder. Also wenn man jetzt was drückt, dann kommt dieses Fahrzeug da. Ja. Oder Flickauto, Flugauto. Äh, das tut sich nichts. Das ist eine Achterbahn. Das ist eine Achterbahn. Ja. Hab ich irgendwann mal vor zwei Jahren oder so geholt. Auch gekauft. Für das Geld ist ja was schönes. Ich glaube, es war gratis, glaube ich. Ich weiß, ob das Gratz war beim Event. War das beim Club Escort Event gratis? Ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich weiß sowieso gar nicht. Ja. Ich verstehe nicht. Das muss ich immer noch wehdrücken. Ja. Komma, da kannst du dann da. Oh, weißt du was? Genau, wir fahren mal ein bisschen Schlitzschuh. Oder kann man da irgendwo mit Schlitten fahren? Das sind Zelte. Du kannst noch... Warte, guck mal, da hast du drüber. Da läuft einer. Nein, nein, das ist ein Bot. Da kann ich schießen, da kann ich schießen. Aber nee, anschließend schießt das auch an. Warte mal ganz kurz. Also hier sind irgendwelche Zelte. Das ist eine Truhe. Das ist egal. Nimm die Truhe, nimm die Truhe, kannst du aufmachen. Wieso macht die nicht auf? Muss man nah dran gehen, oder? Warum ist da jemand? Warte mal. Ich bekomme die nicht auf. Sag mal E. Da ist einer, Ash. Drück mal geradeaus. Stopp. Ich will auch mal schießen. Mach. Auf wen? Ja, ist weg, ist weg. Auf den schieß ich nicht, weil er... Nein, 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 nein. Und warum laufen so solche Bots? Äh, gehen wir da vorne zu diesen Fässern. Die? Und hack da mal drauf, hack da mal drauf. Was heißt hacken mit links? Wollt ihr nicht schießen? Yes. Wie hast du das getauscht? Nee, der dran, der dran, der dran. Wie hast du das so schnell getauscht? Links nochmal, nochmal links. Weil der kriegst dadurch Leben. Ja, so passt. Und jetzt? Nach links gucken. Nach links gucken? Das und das, noch ein paar tun. Zwei Stück. Eins und zwei. Wie krieg ich denn dieses Teil? Das brauchst du nicht. Ach so. Noch eine Truhe. Da drauf. E? Nein, nein, nein. Nein, nach links gucken. Nach links? Ja, jetzt eh. Warum? Das sind noch mehr Waffen. Ach so. Geh mal da, nach da. Und sammelt das bei jetzt auf. Ja, das aufsammeln. Die sammelt nicht ein. Egal, brauchst du nicht. Geh mal rechts. Warum sammelt die nicht ein? Nach rechts? Geh mal kurz an den Typen dran. Ey, sie geht nicht dahin, wo ich das hin möchte. Nein, nein, an den Typ, an den Typ. Geht nicht, ey, schumma, es geht nicht. Ja, natürlich. Die Leute, die wollen das denn? Nein, nein. Ich hab so eine blöde Sicht, die, guck mal, ich verliere total den Überblick. Hä, nein, oben. Ja, weil bei mir oben, unten, unten, oben, Mist. Ja, pass. Geh raus. Wie raus? Geh raus. Ja, pass. Geh mal, wie, drück, weh. Drück mal, e, gehalten, e, drücken, halten. Ja. Weiter geradeaus. Jetzt, e. Sammelt es bei jetzt ein? Ja. Okay, pass. Oh, wie krass ist es bitte. Also, ich mein, aber ich sehe trotzdem irgendwie keinen Sinn da drin, in diesem Spiel. Was ist der Sinn des Spiels? Töten. Weiß nicht, aber geh mal bis heute gerade rauslaufen jetzt. Weil, guck mal, da siehst du ja, dieser Kreis da, das ist ein Gegner, der hat so eine Medaille eingesammelt. Achso. Und der wird dir angezeigt an der Karte. Und der ist, ja, gut wahrscheinlich. Okay, und wo laufe ich jetzt hin? Weiß nicht. Willst du zum Gegner hin? Nein. Okay, dann geh, dann geh nach da weiter. Aber da geht auch nie gleich die Richtung nach da. Krass. Ah, ist auch jemand. Hm. Was ist das denn? Drück mal STRG. Weißt du, wie es aussieht, wie ein Ausschaltknopf. Drück mal STRG. Das heißt, Steuerung. Ja. Nochmal. Du musst aus dem nicht beides gleichzeitig drücken. Krass, krass. Jetzt musst du kurz aufladen wieder. Guck mal da unten. Da siehst du, es wird aufgeladen. Ah ja, okay. Jetzt kannst du nochmal. STRG. Hast du Lust, was wie der STRG? Ja. Drück mal jetzt E. E? Jetzt fährst du das so selber. Ja, okay. Ja, hier oben ist aber glaube ich nichts. Guck mal, geh mal nach da weiter. Geradeaus. Geradeaus. Ja, da ist jetzt gleich Schluss. Wahrscheinlich Abgrund. Da hast du einen Jump, der ist dann können wir gleich fliegen. Was heißt 1000 EP? Äh, ja. Wer ist das? Kann man damit fliegen? Guck mal, jetzt kannst du hier die ganze... Na, aber nicht so weit geradeaus, wenn wir hier runterfallen. Das ist ein bisschen vorbei. Echt? Jetzt kannst du hier die ganze Karte sehen, so. Ja, krass. Kannst du mich vom... Wie komme ich da wieder weg? Achso. Und? Drück, äh, letzterste und weh. Jetzt fährst du. Oh Gott. Holt's hin? Weiß ich nicht. Da wo... Lass mich mal dahin, wo ein paar Leute sind. Hä? Nein? Lass hier? Ja, okay, geh hier. Geh hier. Ja, okay, geh nicht mehr da. Die bringt mich hoch. Also, das sind... Die werden mich ehrenlos töten. Der Sinn, das Spiel ist einfach umbringen, ja? Ja. Kannst du mir mal kurz sagen, wie ich schieße? Den muss dann du aus? Also mit links. Ja, hab ich bei dir wogen. Den hast du mir auch schon mal gesagt. Mit links. Wo soll ich jetzt den laufen? Geradeaus, links. Du musst halt nur auffassen, dass du halt nicht so... Was heißt, wenn ich jemanden sehe, muss ich sofort schießen? Ja, du hast das Haus rein. Links. Die geht nicht rein. Doch, warum klingelt das? Das schatzt, Dings hier. Wetterstation. Okay. Rechts. Nein, zu weit. Zweit. Wie komme ich jetzt zurück? Wie geht's dir rückwärts nochmal? A? Nein. Rechts. So, pass mal auf. Jetzt, Leute, ich muss mal aber kurz reden. Oh mein Gott. Es kommt tatsächlich gerade, es kommt noch einer. Warte mal kurz. Ich wäre schon längst platt. Warte. Auto schießt man auch ab. Und dann baut er um seine Auto auch so eine Wand, damit man den nicht mehr schießt. Ja. Jetzt habe ich... Ja, ich habe sein Auto explodiert, dadurch ist er explodiert. Und da... Er hat mich gerade gesnaped. Das ist gar nicht gut. Ach so. Mein Leben verkürzt. Ich habe mich aber verkürzt. Tod? Tod. Leider. Aber das steht auch 100 jetzt. Leben. Ja, aber das ist jetzt er. Das höre ich oft. Das höre ich oft. Das machst du so, du machst es so. Nein. Doch. Ja, das ist genau der Geräusch. Das Geräusch, der Geräusch. Das Geräusch, genau. Das Geräusch. Das Geräusch aus deinem Zimmer. Ja, jetzt musst du wehdrücken, damit du fliegen kannst. Ja, genau. Also dann kann ich jetzt gucken, wo ich dann hin möchte, aber ich möchte dahin, wo nicht so viel los ist, dass sie mich gleich abballern will. Ja, dann wo und wo kann ich das gehen? Weiter nach links. Warum? Nach links, da wird niemand sein wahrscheinlich. Schnee? Geh da. Und das? Und das? Das ist auch jemand? Geh da nicht hin. Ähm, Wasser. Ja, da würde ich jetzt nicht landen. Und na, da. Alles diese ganzen Dinger hier, das ist alles. So viele. Geh da einfach. Geh da einfach. Ich wollte den Schnee in die Berge. Da, 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 da. Na, links, links, da. Warte mal. Ah! Du sagst doch gerade links, rechts, links, rechts, rechts, links. Geradeaus, das Haus, das Haus. Ich habe so eine komische Sicht jetzt. So. Sie läuft. Drück STRG. Ja. Die rennt. Durch die Hecke. Kannst du loslassen. Was ist das? Steuerung? Ja. Weiß ein Auto ist das da? Meins. Heinz? Ja. Du hast du das Auto da? Nein. Das ist doch ein Gegner. Geh da einfach mal ein... Geh da einfach und geh in das Auto rein. Drück mal STRG. Drück E, drück E, drück E, drück E. Und du sagst W. W? W. Man kann sogar Auto fahren. Ja. Oh. Krass. Boah, der kostet mal gerechtigt. Da ist jemand hier nicht. Umgefangen. Oh, da wollen wir weg. Okay. Drück mal E. Geh geradeaus. Öffne mal die Trude. Mit E. Oh, Profi, ey. Ja, mittlerweile habe ich ein paar Griffe drauf. Geh geradeaus. Sammelt die Waffe auf. Nein, weiter. Geradeaus. Jetzt. Hab ich. Okay, geh zurück zum Auto. Aber da ist noch irgendwas. Egal, brauchst du nicht. So, geh zum Auto, zum Auto. Oh nein, warte, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Es ist ein STRG, 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 STRG. Ja. Wir gehen auf Flüchtlinge, ja. Da ist ein Zug. Der überfährt mich gleich. Nein. Der überfährt mich gleich. Nein. Kann man nicht überfahren werden? Doch. Guck mal, jetzt hier drück mal E. Wir hacken jetzt diese Truhe. Drück nochmal E. Ja. Wir gehen geradeaus, geradeaus. Wie kann ich ein Leben wieder sammeln? Ist das zu verkackt? Wie ist das zu verkackt? Du warst das. Du hast mich umbringen lassen. Du wärst auch gestorben. Ich hab die nicht mehr gehört, ich spiel ohne Sounds. Hör mal, warum? Hört man die auch noch? Ja, man kann das hören. Dass jemand einen umbringen will? Er schreit, er läuft hier hinterher und läuft, ich bringe dich jetzt um, ja? Achso. Aber man hört die Schritte von dem. Achso. Da war gerade eben Leben Balkengrün auf zwei, statt von 100. Ja, weil wir nur noch zwei leben hatten. Aber warum? Warum? Weil wir abgeschossen wurden. Kann man das Leben nicht auffüllen wieder mit irgendwas? Ja, aber da braucht man so ein Mad-Kit führen, das hatten wir in dem Moment nicht. Oh Gott, das war alles so kompliziert. Jo. Also nochmal eine Runde jetzt? Ja. Vielleicht werde ich ein bisschen besser gleich. Das war's jetzt mit dem Video. Also, war ich gut oder war ich schlecht? Ich war schlecht, ne? Schreibt in die Kommentare immer mal, wenn man gut warst. Doch, du warst gut. Du lügst. Doch, du warst gut. Das ist eine reine Lüge. Nein, du warst doch gut, du warst doch ganz gut. Ich war nicht gut, ich wurde schon wieder... Das war's mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.